Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern begann bei uns auf Schalke die neue Trainingswoche mit der Vorbereitung auf das Pokalspiel gegen den VfR Allen. Und da gab es spannende Updates in Sachen Personal bezüglich Paul Seguin und auch zu Armin Younes. Wir gucken aber auch nochmal in unsere Innenverteidigung. Die Verletzung von Thomas Kalasch haben sich jetzt nochmal einige die Frage gestellt. Braucht Schalke dort vielleicht nochmal einen neuen Innenverteidiger? Und wie viele neue Spieler könnten dann insgesamt oder doch nochmal zu Schalke wechseln? Ein Abgangskandidat ist und bleibt ja auch Henning Matriciani. Auch dort gibt es nochmal Neuigkeiten rund um das Interesse vom Waldhof aus Mannheim. Somit sind das also heute unsere Themen und noch ein bisschen mehr. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Starten tun wir direkt mal wie immer, wenn es dort was zu berichten gibt, mit dem Blick auf den Trainingsplatz. Denn bereits gestern Morgen stand dann das Training auf dem Programm. Denn Schalke hat sich dazu entschieden, nicht am Nachmittag zu trainieren, bedingt durch die hohen Temperaturen, sondern eben dann am Morgen, bedingt durch eine Besprechung hat es ein bisschen gedauert, bis die Mannschaft auf den Platz gekommen ist, was für einen Ticken Ärger bei den Fans gesorgt hat. Sicherlich durchaus auch verständlich. Aber es war auf jeden Fall so, dass eben dann Schalke schon relativ früh trainieren konnte, um eben auch dann bei den Temperaturen das gut zu managen. Und dort gab es ein paar wichtige Updates. Denn mit dabei im gestrigen Training war auch wieder Armin Younes, der bedingt durch die Kniereizung die letzten beiden Wochen nur individuell trainieren konnte. Und es ja schon klar war, dass er eben auch dann die ersten beiden Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Und nun hat er auf jeden Fall wieder an Teilen des Mannschaftstraininges teilgenommen. Das wird jetzt auch peu a peu gesteigert. Und somit ist das auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und gleiches gilt auch für Paul Seguin, der wiederum am Samstag gegen Nürnberg nicht spielen konnte. Thomas Kallers Spielraum hat ja bereits letzte Woche mit seiner Reha begonnen. Er hatte eine Entzone in der Patella-Szene. Allerdings ist ja noch nicht wirklich klar, wann er Innenverteidiger wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren wird. Es war ja mit einer Ausfallzeit zu rechnen zwischen drei und sechs Wochen. Also da ist natürlich noch relativ viel Spielraum. Aris Bayindier, Brian Lasme und auch Nino Tempelmann haben zudem weiter ihre Reha absolviert. Machen dort auf jeden Fall jeweils Fortschritte, wie Schalke es selber sagt. Aber auch dort gibt es jetzt keine weiteren Neuigkeiten. Trotzdem war natürlich noch mal so ein bisschen die Frage, was heißt das denn nun bei Yunus und bei Seguin? Können sie vielleicht jetzt auch schon zeitnah wieder spielen? Oder muss man dort noch ein bisschen vorsichtig sein? Und dort hat auf jeden Fall Sky gestern geschrieben, dass eben Yunus Teile des Trainings mitmachen wird. Und Seguin auch ganz auf dem Platz wieder mit dabei ist. Und vor allem auch bei Paul Seguin ist die Wadza noch mal einen Schritt weiter gegangen in ihrer Einschätzung. Nach dort wurde geschrieben, es war eben gestern generell so, dass es kein komplettes Mannschaftstraining auf dem Platz gestanden war, sondern es gab Gymnastikübungen und dann wurde eine Runde Fahrrad gefahren und da war eben Seguin komplett mit dabei. Und trotzdem spricht das auf jeden Fall dafür, zumindest mal laut der Wadza, dass er gegen den VfR1 tatsächlich wieder eine Option sein wird. Armin Yunus wiederum, der dürfte vielleicht auch sogar eine Option sein gegen Ahlen. Da schon auf jeden Fall laut der Bild ein Joker-Einsatz im Bereich des Möglichen zu stehen. Und ich denke mal, das könnte vielleicht dann schon mal eine ganz gute Möglichkeit sein, um zumindest mal in Sachen Auswechslungen wieder mehr Möglichkeiten zu haben. Denn auch das hatte das Spiel gegen Nürnberg noch einmal gezeigt. Unsere Kaderbreite ist eben noch nicht optimal. Das Vertrauen in die Talente ist vielleicht auch logischerweise am zweiten Spieltag noch nicht so da, wie vielleicht am 20. Spieltag. Und dadurch ist aber auch die Frage aufgekommen, ist unsere Abwehr denn dann gut genug aufgestellt? Denn letztes Jahr war ja eben die Verteidigung das große Problem. Schalke hat sich trotzdem immer dafür entschieden, keinen gestandenen Innenverteidiger an Bord zu holen. Aber gegen Brodschick und Nürnberg stehen eben faktisch schon wieder vier Gegentore zur Buche. Plus, Thomas Kalasch zeigt eben auch bedingt durch seinen Ausball, dass unsere Innenverteidigung vielleicht doch noch nicht perfekt aufgestellt ist. Denn bedingt eben durch diese Patella-Sehnentzündung fehlt uns unser bester Abwehrspieler mehrere Wochen. Und dadurch hat man eben auffällig gegen Nürnberg direkt mal gesehen, irgendwo ist dann doch unsere Innenverteidigung eine Schwachstelle in der Kaderplanung. Obwohl eben Marc Wilmots und Ben Mange sich auch ganz bewusst dafür entschieden haben, nicht nochmal einen etablierten Innenverteidiger sozusagen hinzuzuholen. Aber allein schon gegen Nürnberg hat das Innenverteidiger-Duo aus Manchin Kaminski und auch Ibrahim Assisi alles andere als gut funktioniert. Denn Kaminski ist eben für die Bild auch weiterhin, selbst für die 2. Liga, zu langsam. Er sieht dramatisch schlecht aus beim 3 zu 1. Und auch Ibrahim Assisi hat zwar trotz eines Tores ja einige Flüchtigkeitsfehler drin. Und das ist eben dann so ein bisschen das Problem, wenn du dann zwei wackelige Innenverteidiger hast. Hättest du dann ein Thomas Kalasch daneben, dann wäre es vielleicht nochmal ein bisschen anders gelaufen. Und dann haben wir eben noch zwei junge Talente mit Martin Wasinski und Filippo Sanchez, die offenbar noch nicht so weit sind. Denn bislang saßen ja beide jeweils 90 Minuten auf der Bank, wurden auch nicht eingewechselt. Und Karaj Geratz hat sich dazu bei der Bild auch relativ diplomatisch geäußert. Wir müssen Geduld mit den beiden haben, doch sie machen schöne Schritte. Und deswegen spricht aber trotzdem laut der Bild zumindest mal fast alles dafür, dass Wilmots und Manga doch nochmal umdenken sollten. Denn Schalke braucht auf jeden Fall laut der Bild nochmal einen zusätzlichen Stabilisator in der Innenverteidigung. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob das tatsächlich noch passiert. Denn Mark Wilmots selber hat ja ohnehin schon gesagt, ich glaube vor 2-3 Wochen war es so, dass wenn kein Spieler mehr geht, auch kein neues Spieler mehr kommen kann. Und seitdem ist, ich glaube bis auf Kreimel, kein wirklicher Spieler mehr gegangen. Also das heißt, dass es aktuell ohnehin sehr, sehr schwer ist für Schalke nochmal einen Neuzugang zu holen. Selbst für die Offensive ist es aktuell einfach schwer umsetzbar, weil kein Spieler dort gegangen ist. Und dadurch wird es natürlich für die Defensive umso schwerer, dort nochmal was zu machen. Wir haben eben mit Filippo Sanchez, mit Martin Wasinski, mit Ibrahim Assisee, drei wirklich sicherlich große Talente auf der Position, die auch alle Spielzeit bekommen sollen. Mit Thomas Kallasch, den klaren Abwehranführer, mit Kaminski einen erfahrenen Backup, würde ich mal sagen. Und eben dann noch, je nach System, zwei Halblösungen mit David John Möckin und Ron Schallenberg. Und ich glaube nicht, dass Schalke hier nochmal einen gestandenen Innenverteidiger holen wird. Aber ich glaube schon, dass man jetzt auch bedingt durch den Saisonschart gesehen hat, dass es nicht nur richtig ist, vielleicht nochmal einen Stürmerzsohlen oder einen kreativen Zehner, sondern möglicherweise auch einen defensiv ausgeprägten Sechser, Schrägstrich, der vielleicht auch Innenverteidiger spielen kann. Ich glaube schon, dass man dann insgesamt doch nochmal auf drei Neunzigeren geschieden sollte. Ich bin mir aber auch sicher, dass ein neuer Stürmer nur dann kommen wird, wenn Polter geht. Wiederum ein zweiter Offensivspieler vielleicht auch nur, wenn dann Spieler wie Lasmo oder Tempelmann noch abgegeben werden. und dann eben auf der anderen Seite man eben schon auch im Mittelfeld so ein bisschen die Frage stellen muss, wie weit sind eben dann solche Talente wie Krüger und Bahindir. Bahindir hat jetzt wochenlang gefehlt und fehlt immer noch. Ein Max Krüger hätte vielleicht gegen Nürnberg die Chance erhalten, wenn der Ausfall von Seguin früher bekannt gewesen wäre. Und trotzdem hat man eben auch dort nochmal gesehen, hinter Schallenberg Seguin-Bachmann ist einfach zu dünn. Und deswegen glaube ich, wäre es schon gut, entweder eben dort auf der Position oder in der Innenverteidigung nochmal was zu machen. Denn der Vorteil wäre eben durch einen neuen Sechser, dass du dann nochmal mehr, wenn eben ein solcher Fall Eintritt wie gegen Nürnberg auf Ron Schallenberg in der Innenverteidigung setzen kannst. Und deswegen glaube ich schon daran, dass insgesamt noch drei Neuzugänge, sprich Stürmer, ein Spielmacher plus eben dann ein defensiver Sechser oder Innenverteidiger Sinn machen können. Ein Spieler könnte ja zumindest mal im Kader Platz machen für einen möglichen Neuzugang. Und das ist Henning Matriciani, auch wenn man natürlich davon ausgehen muss, dass jetzt Schalke dort, selbst wenn es zu einem Abgang kommt, nicht allzu viel Geld bekommen wird. Matricianis Vertrag bei uns läuft ohnehin noch zwei weitere Jahre bis 2026. Dadurch halte ich auch erstmal eine Ausgleiche für realistischer. Und genau dafür gibt es ja vielleicht auch dann das Interesse aus der dritten Liga. Denn die Rhein-Neckar-Zeitung hat ja jetzt am Wochenende berichtet, dass Matriciani bei der 1-2-Pleite von Mannheim gegen Viktoria Köln im Stadion gewesen sein soll. Und wie ihm aus Spielerberaterkreisen zu vernehmen ist, der SV Waldhof Mannheim im Interesse an Matriciani hat. Und gestern gab es eben dann über den Tag verteilt nochmal ein paar Updates dazu. Denn dort hat die Watz auch nochmal klar gemacht, ja, Henning Matriciani beschäftigt sich sehr konkret mit einem Abgang von Schalke. Er spielt eben keine große Rolle mehr. Auf jeder Position hat er andere Spieler vor sich. Und deswegen hat er mit seinem Management gemeinsam auch zuletzt lose Gespräche mit einigen Vereinen geführt. Aber, und das ist wiederum dann noch das Problem sozusagen bei einem möglichen Abgang, konkrete Angebote liegen Schalke stand jetzt auf jeden Fall noch nicht vor. Und damit laut der Watz auch nicht von Waldhof Mannheim. Und auch die Ruhr-Nachrichten berichten hier in eine ähnliche Richtung. Und dort wird geschrieben, dass das Interesse von Waldhof Mannheim an Matriciani auf jeden Fall vorhanden ist. Aber Matriciani eben jetzt noch in der Sondierungsphase ist. Er will auch erstmal noch mit anderen Vereinen sprechen. Mit einer zeitnahen Lösung ist nicht zu rechnen. Und deswegen geht es auf jeden Fall noch spannend, in welche Richtung es hier geht. Klar, jetzt sagen viele, wir haben doch schon Mitte August, warum geht man jetzt erst in die Sondierungsphase hinein? Und trotzdem glaube ich, dass er es auch nicht dafür spricht, dass Matriciani jetzt einen Monat noch Zeit bräuchte, um sich zu entscheiden, sondern dass es einfach legitim ist, dass er vielleicht nochmal eine Woche mehr wartet, sich eine Woche mehr Zeit gibt, um Gespräche zu führen, um dann eine vernünftige Entscheidung auch für sich selber zu treffen. Ich würde es auf jeden Fall Matriciani wünschen, dass er einen Klub findet, vielleicht auch erstmal in der Ritten Liga, wo er eine gute Rolle spielen wird, wo er zeigt, dass er auf jeden Fall Elemente mitbringt, die man gebrauchen kann. Ich kann ihn mir wirklich auch deswegen bei Mannheim unter Marco und Werbmann als Trainer schon irgendwo ganz gut vorstellen, noch so ein bisschen als Mentalitätsspieler, wie man ja auch mal dann ganz gerne so sagt. Und trotzdem glaube ich, auch hier wird es sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis man eben dann dort auch eine mögliche Einigung hat. Und dann ist natürlich die Frage, würde das ähnlich wie bei Leo Greimel eine krasse Auswirkung haben auf die Kaderplanung? Ich denke mal nicht, weil eben Matriciani jetzt auch sicherlich kein Topverdiener sein wird, weil er eben noch zwei Jahre Vertrag hat, wird es entweder keine hohe Ablöse geben oder auf der anderen Seite erstmal eine Laie geben, wodurch du nicht wirklich viel Gehalt einspannen wirst. Aber es wäre zumindest sicherlich für alle Parteien gut, dann hier erstmal einen Schlussstrich zu ziehen. Somit können wir auch einen Schlussstrich ziehen für heute unter die sportlichen Themen. Aber ein Fan-Thema wollte ich auch nochmal ganz gerne hier mit reinnehmen. Und das war das Thema Auswärtstrikots. Denn ich habe auf jeden Fall viele Schalke-Fans auf jeden Fall jetzt schon auch erlebt, die gesagt haben, ey, alle drei Trikots dieses Jahr gefallen mir echt gut. Das ist wirklich top, dass Schalke Dortmund wieder auch individuelle Designs bekommen hat. Und trotzdem gab es ja jetzt auch unzufriedene Stimmen, bedingt durch die Produktion der Auswärtstrikots. Denn wenn man eben jetzt bei Schalke im Shop guckt, dann kann man auch durchaus mal erschrecken. Nicht nur über die hohen Preise der Trikots mittlerweile, was bei jedem Verein leider so ist, sondern eben auch vor allem darüber, dass eben da steht, das Trikot ist sofort bestellbar. Aber der Lieferzeitraum ist Dezember 2024 und aktuelle Verzögerungen sind somit möglich. Also das heißt, man kann sich jetzt das Trikot immer noch vorbestellen. Es ist eben dann möglich, auch eins zu bekommen. Das ist ganz klar klar. Aber es ist eben jetzt nicht möglich, das Trikot innerhalb von ein oder zwei Wochen zu bekommen. Das war bei einer gewissen Stückzahl der Fall. Wenn man eben dann früh dran gewesen ist, konnte man das Trikot jetzt relativ zügig bekommen. Ich habe auch einige Schalke-Fans schon im Stadion gesehen, die es angabt haben. Entweder eben dann vor Ort gekauft oder einfach ein bisschen Glück gab bei der Bestellung. Aber auch deswegen gab es natürlich viele unzufriedene Fans, die gesagt haben, warum kann es denn so lange dauern, dass Schalke erst im Dezember dann weitere Trikots ja rausschicken wird. Und da fand ich es mal ganz gut, dass auch die Ruhrnachrichten mal nachgefragt haben bei Schalke, warum denn der Verkauf der Auswärtstrikots dann auch sozusagen so schleppend verläuft. Die Verkäufe des Auswärtstrikots lagen nach den ersten zwei Tagen über dem gesamten Verkauf der vergangenen Saison. Im Gegensatz zum Heim- und Ausweich-Trikot hatte der vor allem im Auswärtstrikot eine etwas geringere Stückzahl bestellt. Dies lag unter anderem an internen Prozessen und den eigenen Erfahrungswerten, welche Shirts den Schalke-Fans von am besten gefallen werden. Schalke 04 hat, als der Ausverkauf absehbar war, umgehend eine neue Bestellung angestoßen. Die Trikots, wenn im Ausland produziert, sind nicht von der Stange, müssen veredelt werden. Logistik und Shipping dauern ebenfalls eine Zeit, sodass die Trikots erst im Dezember bei den Fans sein können, hat Schalke sich hier ausführlich zu geäußert. Finde ich erstmal gut, dass sich Schalke auch da ausführlich äußert, dass man eben auch dann vielleicht einen Fehler gemacht hat in der Denkweise, dass eben dann das Trikot vielleicht nicht so gut ankommt im Vergleich zum Heim- und Ausweich-Trikot. Denn ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eben auch in den letzten Jahren der Fall war. Weil das Heimtrikot ist natürlich wie immer sicherlich das, was am besten verkauft wird, weil sich auch die meisten Schalke-Fans einfach ein blaues Trikot kaufen wollen. Das Ausweich-Trikot kommt ja auch in den letzten Jahren meistens sehr gut an, weil es einfach mal was anderes ist. Und dann sagen viel, okay, Auswärts-Trikot ist halt meistens eh nur weiß, das muss ich mir jetzt nicht zwingend kaufen. Und ich kann mir schon erklären, warum dann vielleicht auch Schalke sagt, dann haben wir das jetzt auch am wenigsten erstmal produzieren lassen. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass allein schon durch die Aussage von Matthias Tillmann, das Auswärts-Trikot ist was sehr Besonderes für ihn, auf dem Tag der Schalke oder auf dem Schalke-Tag besser gesagt, natürlich schon mal in die Richtung ging, dass alle vielleicht auch nochmal mehr eine Erwartung hatten. Dann auch durch die Vorstellungen in der Straßenbahn, dass alles nochmal einen Ticken höher vielleicht auch gepauscht wurde, als Heim- und Ausbrechdrücker, was man sich vielleicht auch schon hätte denken können, wenn man schon so eine Marketingstrategie fährt, dass es dann auch vielleicht erst recht gut ankommen wird. Aber gut, da hat auf jeden Fall dann Schalke falsch geplant, kann man natürlich ganz klar dazu sagen. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch gut, dass wir eben keine Stangenware bekommen, wodurch das Trikot vielleicht innerhalb von zwei Tagen gefühlt fertig produziert wird. Und dass es eben dann lange dauert, dass es im Ausland produziert wird. Das ist eben auch ein typisches Sinnbild generell der aktuellen Produktion bei solchen Artikeln. Und deswegen muss man sich auf jeden Fall da jetzt ein bisschen gedulden, wenn man das Ausweis-Trikot haben möchte. Aber immerhin, und das sollte hoffentlich auch der Anspruch sein, zu Weihnachten wird man es dann möglicherweise unterm Tannenbaum liegen haben. Und jetzt interessiert mich aber vor allem nochmal eure Meinung zur Kaderplanung und zum Thema Innenverteidigung. Glaubt ihr denn, dass Schalke dort nochmal was machen sollte, dass das auf jeden Fall dringend notwendig ist? Oder seht ihr es möglicherweise so wie ich und sagt, auf jeden Fall entweder Innenverteidiger oder Sechser, aber da muss dann zwingend nochmal was passieren? Schreibt dazu uns an einem anderen Thema gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! Anale Schalker! ść! Vielen Dank.